Alles klar, dann fange ich an. Ja, schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, Sie und Euch, herzlich im Namen des Gunder-Werner-Instituts und von Missy Magazine zu der Veranstaltung Mission Impossible Frauen im Kulturbetrieb in der Heinrich-Böll-Stiftung willkommen zu heißen. Mein Name ist Hanna Lichtenthäler, ich bin freie Mitarbeiterin im Gunder-Werner-Institut. Diese Veranstaltung ist Teil des Events Der The Impossible, wage das Unmögliche, das 21. Jahrhundert feministisch gestalten, das wir vom GWI zusammen mit dem Missy Magazine hier organisiert haben und veranstalten. Einige von Ihnen haben sicher schon die ein oder andere Veranstaltung besucht, sich unsere Ausstellung Wer braucht Feminismus angesehen oder an der Führung Homosexualitäten im DHM und Schwulmuseum teilgenommen. Im Rahmen von Der The Impossible, wage das Unmögliche, fanden hier in den letzten Tagen Podiumsdiskussionen, Vorträge, Workshops, Filmvorführungen und Ausstellungen statt, in denen es um die verschiedenen feministischen Forderungen und Ideen für das 21. Jahrhundert geht. Nach dieser Veranstaltung möchten wir all dies auch noch bei einem Konzert von Suki und mit Musik von DJ Vanya Saatkam mit allen feiern. Dazu lade ich Sie auch nochmal herzlich ein. Mit der The Impossible, wage das Unmögliche, möchten wir die Vielfalt feministischer Forderungen sichtbar machen. Wir wollen den vielfältigen feministischen Perspektiven eine Plattform bieten. Feminismus ist nämlich nicht nur eine Quote. Es sind vielmehr Feminismen, die sich kritisch mit gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzen. Doch es geht nicht nur darum, Kritik auszuüben, sondern auch Alternativen auszuzeigen und Forderungen zu formulieren. Sei es bezüglich der aktuell viel diskutierten Situation Vertriebener in Deutschland oder bezüglich der Krise in Griechenland. Sei es bezüglich altbekannter Debatten wie der Umabtreibung oder bezüglich neuer feministischer Herausforderungen wie der Netzpolitik. Heute aber hören Sie etwas zu feministischen Forderungen im Themenfeld der Kulturbetriebe. Ob Film, Theater oder Musik, Frauen sind im Kulturbetrieb stark unterrepräsentiert. Die Förderquote von Regisseurinnen liegt erschreckend weit unter der von Regisseuren. Gehaltsunterschiede im Theaterbetrieb betragen über 40%. In manchen Musikgenres wie Hip-Hop haben Frauen bisher kaum eine Rolle gespielt. Weibliche DJs haben es eh nicht schwer. Sprüche wie gar nicht schlecht für eine Frau sind nicht selten. Wir fragen uns, wo bleibt der Aufschrei? Ist Geschlechtergerechtigkeit im kulturellen Sektor eine unmögliche Forderung? Sind Quoten sinnvoll? Ist eine Karriere in der Kulturbranche etwa reine Glückssache? Auf dem Podium diskutieren deshalb heute Abend Suki, die Queen of Berlin, Tanja, Theaterregisseurin, Tanja Krone, Entschuldigung, Tatjana Turanski, Filmemacherin und Mitglied bei Pro Grote Regie, sowie Ulle Schaus, Sprecherin für Frauen- und Kulturpolitik der Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Adrienne Göhler wird die Diskussion moderieren. Sie war lange Zeit Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Sie war Kuratorin des Hauptstadtkulturfonds sowie Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Berlin. Sie ist und war in zahlreichen Räten und Beiräten engagiert, wie beispielsweise im Rundfunkreit des NDR in den 90ern oder der Internationalen Frauenuniversität. Die Liste ist so lang, das würde jetzt etwas dauern, wenn ich alles aufzählen würde. Heute lebt und arbeitet sie als freie Publizistin und Kuratorin in Berlin. Bevor ich das Wort an Adrienne Göhler abgebe, möchte ich noch kurz ein paar Dankesworte aussprechen. Wir danken allen Helferinnen und Helfern, die darin beteiligt waren, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Besonders danken möchte ich den Kolleginnen und Kollegen des Tagungsbüros, die stets für die gute Atmosphäre und Organisation der Veranstaltung sorgen. Ich möchte mir an dieser Stelle auch erlauben, dem gesamten Team vom Gunnar-Werner-Institut und vom Missy-Magazin zu danken, für die tolle Zusammenarbeit, ohne die diese großartige Veranstaltung nie zustande gekommen wäre. Ebenso gilt unser Dank unseren Podiumsgästen, die gleich noch gesondert vorgestellt werden, in ein paar Clips, die zu Beginn gezeigt werden. Und natürlich der Moderatorin selbst, danke ich ganz herzlich. Zum Schluss, bevor es dann auch endlich losgeht, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Foto-, Ton- und Filmaufnahmen von Rundfunksendern, sowie für die Öffentlichung der Heinrich-Böll-Stiftung und ihren PartnerInnen gemacht. Auf Ihren Stühlen beziehungsweise am Ausgang des Saals finden Sie einen Auswertungsbogen. Wir möchten Sie bitten, diesen auszufüllen und unten am Ausgang am Infodesk in die bereitstehende Box zu werfen. Wir sind sehr darin interessiert, wie Ihnen die Veranstaltung gefallen hat und was wir eventuell verbessern können. Sollten Sie Fragen jeglicher Art haben, wenden Sie sich bitte an den Infodesk. Unsere Kolleginnen des Gunder-Werner-Instituts werden Ihnen gerne helfen. Und jetzt viel Spaß bei der Veranstaltung und vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis später bei der Party. die sind künstlerisch. die sind künstlerisch. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... Irgendwie immer noch Zeit, sich neben der Uni-Zeit mit Frauen- und Mädchenprojekten zu beschäftigen, hat lange im Notruf für vergewaltigte Frauen gearbeitet und dann feministische Beiträge zum offenen Kanal in Duisburg gemacht. War auch Film- und Fernsehproduktion, Redaktionsleiterin und Dramaturgin. Dann beruflicher Wechsel in den Sozial- und Bildungsbereich. Sie hat Arbeitsmarktuntersuchungen über Berufe in der Pflege gemacht, eine Fallmanagerin eines SOS-Kinderdorfes gewesen für Menschen im Hartz-IV-Bezug. Also eine der wenigen Politikerinnen, die vermutlich wissen, worüber sie sprechen, wenn sie über Hartz IV sprechen. Und seit dieser Legislatur ist sie im Deutschen Bundestag für die Grünen. Und ich habe sie vorhin so nebenbei sagen hören, damit ich diesen Antrag machen kann, wollte ich in den Bundestag kommen. Jetzt liegt der Antrag vor. Bitte, Ulle, erklären uns. Ja, herzlichen Dank für diese Vorstellung. Ich bin etwas überrascht, dass du quasi echt von meiner Kindheit angefangen hast. Ja, aber vielen Dank. Das ist wirklich auch nett. Das stimmt? Nein. Sie weiß, wie ich das meine. Ja, da ist ein bisschen was dran. Also ich bin, der Hall ist immer noch da. Musst du ausmachen. Danke. Ist immer noch da. Ja. Tatsächlich ist es so gewesen, dass ich, muss den Satz doch nochmal loswerden, nach dem Abitur gedacht habe, was mache ich? Also was will ich beruflich machen? Und ja, ich habe halt überlegt, dass ich Filmproduzentin werden wollte, weil ich als Feministin überlegt habe, alles, was wir verändern wollen, gesellschaftlich verändern wollen, alles das, was wir tun, viele von uns, die wahrscheinlich hier sitzen, auch aktiv in irgendwelchen Projekten sind, aber auch so mit dem feministischen Gedanken, wir wollen tatsächlich eine geschlechtergerechte Gesellschaft, wir wollen quasi die Augenhöhe herstellen. Da habe ich immer gedacht, das dauert alles irre lange. Das dauert irre lange, wenn wir das politisch machen. So, jetzt mache ich das politisch, aber ich habe halt gedacht, das Einfachste, wie es geht, ist, Vorbilder zu schaffen. Und eigentlich geht es über Vorbilder am besten. Also wenn wir sehen können, wie es vielleicht anders sein könnte, wie andere gesellschaftliche Strukturen tatsächlich auch sich real darstellen, dann kann man das machen und das kann man am besten im Film. Und die mächtigste Position im Filmbereich ist die Produzentin, weil die entscheidet letztendlich, was dann nachher gedreht wird. Also der Auftrag an die Regisseurin ist möglicherweise ganz viel Gestaltungsspielraum, aber ich sage jetzt mal, meine Vorstellung als 20-Jährige war, die Produzentin hat da eine Entscheidung. Ja, und genau. So, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das will ich werden. Jetzt hat das, ich bin jetzt 49 und jetzt bin ich frauenpolitische Sprecherin und kulturpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Das ist genauso gut wie Produzentin. Also da kann ich jetzt, muss ich ein bisschen länger daran arbeiten, dass sich was verändert, aber ich bin an der richtigen Stelle. Das heißt, der erste Antrag, den ich im kulturpolitischen Bereich 2014 gestellt habe, war der Antrag, Frauen im Kulturbereich gleichstellen. Und das fällt sehr zusammen natürlich mit meinen beiden Politikfeldern. Das heißt, wenn man den Kulturbereich sich anschaut, dann ist das Wort Ungleichheit da genauso wie in allen anderen Lebensbereichen, in die wir schauen, im Wirtschaftsbereich, im Arbeitsmarktbereich. Wir brauchen hier die Quote, die wir jetzt seit diesem Jahr haben. So lange hat es gedauert. Aber im Kulturbereich sind Frauen unterrepräsentiert, benachteiligt, schlechter bezahlt in sowieso schon prekären Arbeits- und Verdienstverhältnissen. Das heißt, auf den Leitungsebenen in Museen, in Theatern, in Orchestern, in Akademien, in Kunstakademien, in der Musikbranche, in der Regie, in Redaktionen von Medien, da sind Frauen unterrepräsentiert, schlechter bezahlt. Und da, wo es vor allen Dingen um die hohen Umsätze geht, da ist auch noch mal besonders die Dominanz von Männern noch mal größer. Die Besetzung von Frauen oder auch bei der Auswahl von Frauen bei Preisen, bei Förderungen, bei Vergaben, die ja auch mit öffentlichen Mitteln zum Teil erfolgen, sind Frauen auch schlechter gestellt. Also es gibt verschiedene Ebenen. Und es gibt außerdem noch mal, ich sagte das gerade schon, die schlechtere Bezahlung, also im Schnitt noch eine schlechtere Bezahlung, als wir diesen Gender Pay Gap eh schon haben, bei 22 Prozent, liegt er im Kulturbereich im Schnitt bei 25 Prozent. Das variiert aber auch von Branchen zu Branchen unterschiedlich. Der schlechteste Bereich sind die darstellenden Künste, da sind die Unterschiede bis zu 36 Prozent. Und wenn wir hier von schlechter Bezahlung sprechen, dann reden wir von einem Durchschnittseinkommen zwischen 10.000 und 18.000 im Jahr, weil normalerweise dreimal mehr, was so in der Gesamtbevölkerung bei 31.000 ist, ist tatsächlich dann nur ein Drittel von dem, was so die Durchschnittsgelder sind. Und Frauen haben dann noch mal im Schnitt 25 Prozent weniger. Das reicht fast zum Leben nicht. Das heißt, das Fazit ist schlicht und ergreifend, wenn das so ist, was heißt das? Da heißt es, ich zähle die Sachen nur mal auf, weil in der Diskussion kommen wir darauf. Es geht darum, Öffentlichkeit herzustellen, das, was unsichtbar ist, sichtbar zu machen. Es geht darum, Netzwerke zu bilden, das, was auch hier auf dieser Konferenz passiert. Da kommt mein Lieblingsspruch ins Spiel, Frauen bilden Banden. Der gilt auch hier, der gilt auch im Kultur- und Filmbereich. Und es gilt daraus, politische Konsequenzen zu ziehen. Das war meine erste politische Konsequenz, nämlich diesen Antrag zu stellen und die Transparenz herzustellen, gerade da, wo öffentliche Gelder und Vergaben gemacht werden, wo Jury-Besetzungen entschieden werden. Da muss Transparenz her. Und da brauchen wir vor allen Dingen Daten. Da müssen wir einen Handlungsauftrag an den Bund und auch an die Länder geben, und zwar im Sinne des Grundgesetzes Artikel 3 Absatz 2. Und diesen Antrag habe ich letztes Jahr, Anfang des Jahres, entwickelt, beziehungsweise es gab von meiner Vorgängerin auch schon einen Antrag. Ich habe ihn aber erweitert, insbesondere um den ganzen Bereich Film, weil das hat damit zu tun, dass ich mit den Frauen von Pro Quote Regie im letzten Jahr im April zusammengesessen habe. Und wir haben über das Projekt, über die Regisseurinnen gesprochen. Und ich habe gesagt, das passt wie Faust aufs Auge. Diesen Antrag, den ich gerade mache, muss ich mit dem ganzen Bereich der Regie nochmal auffüllen und den Teil der Ungleichheit auch im Regiebereich auffüllen. Und dieser Antrag ist dann im Herbst letztes Jahr, also vor einem Jahr, da habe ich ihn in den Bundestag eingebracht. Da waren auch Regisseurinnen von Pro Quote Regie mit im Bundestag. Das war großartig. Und wie das dann so ist mit der Politik, dann dauert das, bis das ganze Verfahren sich weiterentwickelt. Das heißt, ich habe ihn eingebracht in den Bundestag, diesen Antrag, und dann geht er seinen Lauf. Er kommt jetzt quasi von dem ersten Plenum, von der ersten Debatte in den Fachausschuss, in den Kultur- und Medienausschuss. Wir haben diesen Antrag jetzt im November. Wir haben jetzt eine Anhörung am 14. November zu diesem Antrag und zu den Fragen, die hier gestellt werden. Und er hat politisch Kreise gedreht. Die Frauen- und Gleichstellungsministerinnenkonferenz der Länder hat quasi einen ähnlichen Antrag gestellt und fordert die Bundesregierung eben auch, auf hier tätig zu werden. Zum Antrag kann ich vielleicht noch was sagen. Mich würde erst mal interessieren, war die Debatte, war die so zur Kernzeit und waren mehr als zehn Leute anwesend? Ja, die Debatte war schon zu einer sehr prominenteren Zeit. Also jetzt nicht donnerstags abends um 22 Uhr, sondern ich weiß jetzt tatsächlich, ich weiß ein Jahr her, aber es war auf jeden Fall keine schlechte Zeit. Es war am frühen Abend und es war eigentlich durchaus eine gute Zeit. Und war die Debatte ärgerlich oder freundlich? Nee, interessant war, dass alle eigentlich aufgesprungen sind. Also bis auf die CDU, sage ich jetzt mal. Also du meinst nicht von ihren Plätzen, sondern auf deine... Politisch aufgesprungen auf das Thema ist die Linke und auch die SPD durchaus sehr interessiert, fanden das wichtig, hatten auch noch das Gefühl, sie haben noch bessere Vorschläge, habe ich gesagt, super, noch bessere Vorschläge sind noch besser. Aber die CDU hat im Prinzip, sage ich jetzt mal, die Forderungen, die ja im Antrag auch stehen, sind natürlich neben Datenerhebungen und Materialien, die man erstmal braucht, um klarzumachen, worüber reden wir hier eigentlich. Also die letzten Daten sind von 1995 bis 2000 erstellt worden. Also es ist wirklich veraltet. Da ist der Handlungsbedarf wirklich groß. Aber die Forderungen, die in dem Antrag stehen, sind ja, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen zur Chancengleichheit oder zur Herstellung der Chancengleichheit, die müssen gewährleistet werden und auch paritätische Besetzung, das heißt ganz konkret eben auch Quoten in den Gremien, die hier auch über die Bundesebenen besetzt werden. Und es geht darum, dass, naja, auch die Juries besetzt werden müssen, sodass dort Frauen paritätisch vorhanden sind und eben nicht nur Männer, weil wir wissen alle, wie das ist, dass sich diejenigen, die in Juries Preise zu vergeben haben, auch gerne identifizieren mit denen, die die Preise bekommen. Das heißt also, die Vergabe von Männern an Preisträger, die männlich sind, ist so die Regel. Und deswegen sind alle Dinge, die in diesem Antrag stehen, natürlich haben Konsequenzen, die die Machtverhältnisse verschieben und da hat die konkret die CDU ein großes Problem damit. Also wenn dann nur alles auf freiwilliger Basis und vor allen Dingen, hier geht doch Qualität vor Quote. Das ist immer das Argument. Und da sage ich immer nur, ja die Quote, also hier hat ja die ganze Zeit Qualität scheinbar, also die Qualität ist deswegen nicht höher, weil das sehr, sehr viele Männer sind, ganz im Gegenteil, sage ich immer. Und die Quote brauchen wir hier in diesem Bereich, genau wie in allen anderen Bereichen, weil die Quote ist nicht schön, aber sie hilft. Und hat sich an dieser, das finde ich auch, erster Applaus, hat sich an dieser Debatte auch Frau Grütters beteiligt oder ist das eigentlich nur Frau? So, sagt sie, Frau Kollegin, geh doch du mal vom Frauenressort da in die Bitt. Gut, nee, Frau Grütters hat sich beteiligt. Sie hat auch in der Zwischenzeit einige Aktivitäten erkennen lassen. Ich weiß auch, dass Frau Grütters in der ersten Sitz oder einer der ersten Sitzungen des Kultur- und Medienausschusses, wo ich dann war und wo auch wir zum ersten Mal Fragen stellen konnten und zu ihrem Programm, was sie sich vorgenommen hatte für vier Jahre. Und da habe ich ganz konkret nach dem ganzen Bereich der Gleichstellung im Kulturbetrieb gefragt. Und das war tatsächlich sichtbar der einzige Punkt, wo sie sich zu ihrem Referenten umdrehte und ihm eine Anweisung gab, dass er das jetzt mal aufschreiben soll. Das heißt, ich habe tatsächlich, aber dann hat sie auch, also mit dem Antrag hat sie sich sehr intensiv befasst. Und ich kann dazu sagen, dass es auch tatsächlich aus meiner Sicht die ersten Aktivitäten gibt, den Auftrag an den Deutschen Kulturrat zum Beispiel, eine neue Studie jetzt zu entwickeln und neue Zahlen und Datenmaterialien zu sammeln. Da geht sie schon jetzt auch aktiv los. Aber sie nimmt den Filmbereich zum Beispiel aus oder sie hat zum Beispiel auch bei der Sitzung, die sie jetzt machen wird zum Film, zur Novelle des Filmförderungsgesetzes, die pro Quote Regiefrauen nicht eingeladen. Also schlicht und ergreifend diejenigen, welchen, die jetzt, finde ich, auch in der Öffentlichkeit irre viel Öffentlichkeitsarbeit wirksam gemacht haben und das Thema in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das ist hier wirklich großartig. Ja, das hat Frau Grütters gehört und verstanden und auf den Zug ist sie aufgesprungen. Aber wenn es darauf ankommt, dann lädt sie die entscheidenden Frauen nicht ein. Ja, wir werden jetzt ja heute so ein bisschen uns von, erst von Zahlen deprimieren lassen. Dann werden wir anschließend in den Power-Modus gehen, selbstverständlich. Und dann werden wir uns überlegen, wie wir mit diesen Impertinenzen umgehen können. Ich würde gerne gleich mit Tatjana weitermachen. Ich habe jetzt einfach mal alles, was ich auch noch an Deprimierendem erst mal vorzutragen hatte, lasse ich mal. Es ist nur für mich, weil Tatjana ist ja jetzt sozusagen die neue Generation, die sich mit etwas beschäftigt, was ja so in den letzten zwei Jahrzehnten so ein bisschen so öh war. Also irgendwie fand man ja doch Veranstaltungsformate wie Frauenfilm oder Frauenliteraturfestival oder Frauentheaterfestival, fand man so ein bisschen öhöhöh, wollte man irgendwie nicht mehr haben. So wie ein Auslaufmodell, so ähnlich wie feministische Institute gelegentlich auch. Man sich fragt, muss das eigentlich noch sein? Oder feministische Lehrstühle. Und gelegentlich hatte man ja das Gefühl, der Feminismus ist unter der Genderfrage komplett beerdigt worden. Gleichzeitig war es aber so, dass ohne diese Frauenzusammenschlüsse mal eben in den Hochschulen fast 50 Prozent der, also in den künstlerischen Hochschulen fast 50 Prozent aller Absolventen Frauen waren, dass sie auch übrigens meistens die besten Examen gemacht haben, dass sie meistens auch sogar noch die meisten studentischen Preise gekriegt haben. Also alles war irgendwie ganz schick und man könnte auf die Idee kommen, dass Frauen mit ihren anderen Handschriften eigentlich und Beweggründen in der Literatur, im Theater und auch am Kunstmarkt angekommen sind. Die Literatur ist weiblich, die Leser sind mehrheitlich Leserinnen und als ein Indiz, da ging es im wesentlich männlich dominierten Feuilleton, ging es gleich schwer rund. Als der diesjährige Bachmann-Preis in allen Kategorien nur an Frauen ging und sofort, hatte man eine neue Verunglimpfung gefunden. Und man sprach nämlich vom Bach-Frau-Preis. Hö, hö. Ist es verunglimpft? Ist es Spott? Ist es Angst? Wahrscheinlich ist es Angst-Spott. Denn, und jetzt sind wir an so einem Punkt, das ist jetzt einfach anders als vor 20 oder 30 Jahren. Die Frauen sind extrem sichtbar. Die Frauen haben Gewinn auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Die zwei Filmerinnen tuscheln die ganze Zeit. Die kriegen auch noch die meisten Festival, also kleine Festivals mit kleinen Preisen. Da sind Frauen auch noch dominant. Aber dann gibt es natürlich die ganz klare, und das ist nicht eine gläserne Decke, sondern das ist Beton-Stahlbeton. Stahl-Beton-Bunker-Decken, die uns zwischen Intendanzen und Chefredaktionen und zum Beispiel Dirigentenpulten, da gibt es ein Prozent, die Frauen, einfach trennen. So, das müssen wir jetzt mal alles sehen. Und wir sollten auch immer gleich im Kopf haben, ich kann eine Zahl geben, da brauche ich nicht warten, bis der Deutsche Kulturrat eine neue bringt. Die KSK hat uns eine sehr schöne Zahl für 2013 geliefert. Während Künstler und Publizisten 21.427 Euro durchschnittliches Jahreseinkommen haben, liegen ihre Kolleginnen bei 15.900. Also selbst in dem prekären Bereich, wir können also sagen, stehen wir doch heute hier und sagen, wir sind die Avantgarde der prekären Verhältnisse. So, und jetzt soll es also die Quote richten, jetzt stelle ich Tatjana Tovanski vor. Studium der Soziologie, Theater- und Literaturwissenschaften in Frankfurt am Main. Vor und während des Studiums Darstellerin bei einer Schläf, danach Festanstellung als Werbetexterin unter anderem bei Scholz & Friends. Dann ein hochdotiertes Literaturstipendium von der Stiftung Kulturfonds. Und 2000 veröffentlicht sie einen der ersten interaktiven Online-Romane, Wonder Woman Ready for Wonderland. Gründung des Performance-Filmkollektivs Hangover, die Gruppe Remake. Und es gab auch dafür erster Preisoperhausener Kurzfilmfestival. Wie viel Geld? Wenig. Oder? Okay. Seit 2008 Mitarbeiter, Mitinhaberin, Entschuldigung, jetzt ist es Maria, Mitinhaberin einer Produktionsfirma, die angetreten ist, den Autorinnen-Film zu beleben, arbeitet an einer Trilogie zu Frauen und Arbeit. Wir haben gerade einen zweiten Teil gesehen. Und dafür hast du nun tatsächlich mehrere Drehbuchstipendien gekriegt. Stimmt das oder liegt da die? Nein, ich habe im Ganzen verschiedene Drehbuchstipendien gekriegt. Dafür auch, ja. Na, dafür auch. Das ist ja jetzt nicht so wenig. Also Teil 1, 2009, der Kinospielfilm, eine flexible Frau, selbst produziert, low budget, große Aufmerksamkeit, viele internationale Festivals. Berlinale, Göteborg, Cannes. Teil 2, Top Girl oder La Deformation Professionelle, 2014 im Internationalen Forum der Berlinale des Jungen Films. Hatte er Premiere und ist nach einer internationalen Testivitur auch tatsächlich in die Kino gekommen. Über Teil 3 ist es verboten zu sprechen oder kann sie das so, das hätten wir dann gerne. Ich will nur noch eine schöne von einem Mann, also er hat hymnische Kritiken gekriegt und jetzt nehme ich dann doch mal den Assheuer aus der Zeit, weil ich fand es interessant, er braucht dann auch einen großen Namen. Ihr werdet sehen. Was für Lars von Trier. Ein kultureller Skandal ist die Abspaltung des Begehrens von der Liebe. Das entsteht bei Toransky aus der Ökonomisierung des Intimen, wobei am Ende auch die Lust selbst verschwindet. Kapitalismus macht Liebesmüde. Ihr wisst, wir müssen heute noch kämpfen. So, jetzt würde ich mal die Fragen wollen, könnte man eigentlich sagen, du hast es jetzt geschafft, alle chick oder was? Und wieso brauchst du die Quote? Also danke erstmal auch für diese Einführung und auch für die Einladung übrigens. Ja, also alles geschafft ist ja immer eine Frage der Perspektive. Punkt eins, also erstens wäre ja die Frage, habe ich es geschafft, die Filme so zu gestalten, dass ich die richtig gut finde. Ja, also so, das wäre dann, dann würde ich für mich sagen, ich habe das geschafft. Nein, natürlich nicht, weil es gibt immer Sachen, du guckst dir das an und findest das dann mal so, mal so, dann gefällt dir mal was und dann findest du es irgendwie da nicht richtig getroffen. Da fehlt das Geld und da weißt du, du hättest es mit mehr Budget anders gemacht und so weiter halt. So, und ansonsten finde ich die Frage, mit dem wir geschafft haben, sowieso Gesellschaft, also für mich selber würde ich sagen, habe ich was erreicht. Also für mich persönlich. Aber wenn ich das jetzt, die Frage zielt ja auf was anderes ab. Erst kommt der Ruhm, dann kommt die Beute, würde ich sagen, da habe ich das dann eben nicht geschafft. Also ökonomisch ist es eben natürlich, ja, sagen wir mal prekär, was das Filmemachen angeht. Und dann finde ich noch was anderes, dass eigentlich dieses Thema des Geschaffthabens so ein Phantasma von so einer Karriere ist, was ich sowieso einfach, was ich ablehne. Das ist ja schließlich einer von den zahlreichen Berufen, die ich jetzt in meinem Leben gemacht habe oder mache. Und ja, ich wollte das immer machen und deshalb stellt sich jetzt die Frage gar nicht, ob ich das geschafft habe oder nicht. Naja, aber im landläufigen Sinne hast du natürlich ziemlich das, also alle Vorbereitungen getroffen für eine dauerhafte filmische Karriere. Naja, das wird man sehen. Also das haben andere Damen vor, haben ja andere Damen auch gemacht. Also ich war zum Beispiel gestern, nee, vorgestern beim Aufbruch der Autorinnen und da war eben die Einführungsveranstaltung mit Ulla Stöckel, Neu Leben hat die Katze. Und das ist so einfach einer der großartigsten deutschen Filme, die es gibt. Also denken Sie, der hätte das irgendwie in den Kanon des deutschen Films für die Schulen oder so geschafft. Nein, nichts davon. Und was sie erzählt über ihre Karriere, das ist einfach unglaublich. Und das ist wirklich eine der hochtalentiertesten Regisseurinnen, die Deutschland wahrscheinlich jemals gehabt hat. Und deshalb, und ich will damit einfach nur sagen, dass das so eine schwierige, das ist schwierig, weil man kann bei einem künstlerischen Beruf, und deshalb würde ich das auch gerne davon mal jetzt wegziehen, einfach diese Frage finde ich nicht so einfach stellen. Da sind so viele Faktoren, spielen da eine Rolle. Und die finde ich sollte man auch, kann man diskutieren oder kann man jetzt auch jetzt erstmal beiseite schieben. Also was ich aber in Bezug auf die Quote sagen möchte, das Thema ist tatsächlich einfach Geschlechtergerechtigkeit im Film, Geschlechtergerechtigkeit von Fördergeldern. Und letzten Endes auch einfach die Möglichkeit weiterzuarbeiten für eben halt sehr viele Frauen, die eben jetzt nicht so viel arbeiten, weil wir haben nur 11 Prozent der Fernsehminuten werden von Frauen inszeniert. Beim Film ist es etwas mehr, aber dann sind die Budgets auch wieder geringer. Also deshalb, wir bleiben ungefähr bei dieser Zahl. Und das bedeutet einfach, dass fast 90 Prozent aller Filmfördergelder und auch also einfach Gehälter, ich will gar nicht über die Inhalte sprechen, an Männer halt einfach geht. Und das bedeutet dann wieder halt für Frauen, dass sie eben einfach weniger verdienen und das ist einfach abzulehnen. Und deshalb bin ich für die Quote und engagiere mich dafür, weil ich denke, dass es sinnvoll ist, dass Frauen erstens arbeiten, dass es auch normal ist, dass eine Frau Regisseurin ist und dann nicht gleich eine Ausnahmefrau und gleich eine Oscar-Gewinnerin oder eben die Feministin im Filmbereich. Irgendwie finde ich das auch langsam langweilig. Ich bringe mal die klaren Ziele, die klare Ansage Ihnen zu Gehör. Das Szenario ist irgendwie klar. Sie sagen, 2018, der Regieanteil von Frauen in den öffentlich-rechtlichen Sendern hat sich auf 30 Prozent erhöht. Der Anteil von Frauen in den Vergabeausschüssen beträgt 50 Prozent. 2020, der Regieanteil von Frauen in den öffentlich-rechtlichen Sendern hat sich auf 42 Prozent erhöht. 2025, die bundesweiten Filmfördermittel gehen zu 50 Prozent an Frauen. Die Quote ist kein Thema mehr. Vielfalt und Diversität spiegeln sich im Fernsehen und in den Förderentscheidungen pro Quote. Regie ist abgeschafft. Alles klar? Also, wir haben eine relativ große Arbeit vor uns und in unserem Vorgespräch hast du, finde ich, was ganz Basisches quasi gesagt. Du hast gesagt, es ändert sich nur etwas durch Geld. Man kann nur Eigenes machen, wenn das Geld dafür da ist. Und es ist natürlich auch klar, die Sichtbarkeit, es geht um die Erfahrung, es geht um mehr Preise, mehr Filme, mehr Preise, mehr Standing und mehr Budget. Also das ist quasi innerhalb der Filmlandschaft fürchte ich das absolute Diktat. Und es kam auch noch eine kleine zynische Bemerkung von dir hinterher. Inhalte seien dabei leider sekundär. Nein, nein, das sind einfach zwei verschiedene Ebenen, über die wir diskutieren müssen, wenn wir über die Quote reden. Sondern es geht darum, erst mal zunächst einfach, dass die Fördermittel paritätisch verteilt werden. Und zwar im Fernsehbereich sind das eben Auftragsarbeiten und im Filmförderbereich sind das eben Fördermittel. So und das eine, das bedeutet einfach, dass Frauen dann arbeiten und was sie dann für Filme machen, da haben wir uns dann vielleicht missverstanden, aber ich glaube eigentlich eher nicht, was sie dann für Filme machen ist dann ja die Sache der Frauen selber halt, also weil das, was ich auch überhaupt nicht mehr abkann, ist immer dieses Thema, dass Frauen plötzlich so eine Einheit bilden. Wir sind keine Einheit, wir sind Filmemacherinnen, wir sind Künstlerinnen, wir sind Regisseurinnen, die eine macht das, die andere macht das und ich möchte auch vor allen Dingen auch nicht mit jeder Regisseurin solidarisch sein, mit der Frau, die dahinter steht schon, weil ich dann weiß, die hat den Film gemacht, die hat dafür gekämpft und das ist toll, aber wenn mir der Film nicht gefällt, dann möchte ich nicht sagen können, oh toll, da ist jetzt eine Frau, die eröffnet die Berlinale, aber der Film behandelt auch wieder nur Stereotypen. Was soll denn das? Das möchte ich nicht und es geht auch darum nicht und deshalb haben wir bei der Quotendiskussion in unserer Gruppe ganz klar gesagt, wir reden nicht über die Inhalte, sondern es geht ausschließlich darum, dass wir als Frauen, als Regisseurinnen die Hälfte der Gelder haben wollen oder die Hälfte der Aufträge. Und was ich auch noch, das nächste Thema ist dann ja auch noch, na gut, ich höre jetzt auch mal auf, ich spreche es zumindest mal an, sag mal, dass wir sozusagen so einen Merkposten haben. Das nächste Thema ist? Naja, das nächste Thema wäre für mich immer, Quote funktioniert, das halte ich im künstlerischen Bereich, weil es geht ja um das Scheinargument der Qualität und um das Thema, Qualität setzt sich durch und diese ganzen, also, ja. Also, du meinst das übliche Ausreden. Naja, also, der Punkt ist eben einfach, erstens, wer bestimmt heutzutage, was Qualität ist, dann ist es überhaupt eine Frechheit, Frauenqualität abzusprechen. Es ist einfach hopeless, das ganze Thema. Aber trotzdem ist es ja so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eben tatsächlich im politischen Bereich, also auch in der Branche darüber reden, dieses Thema im Kulturbereich der Qualität, also diese Hoheit der Qualität oder des künstlerischen Erfolges, beziehungsweise das Thema des Künstler-Daseins oder was auch immer, dass er sich durchsetzt oder sie oder so, die Ausnahmefrau oder was auch immer, das ist natürlich einfach ein Phantasma und dem müssen wir auf den Grund gehen. Und das müssen wir auch dekonstruieren und am Ende auch eigentlich letztendlich zerstören, also, weil sonst kommen wir gar nicht weiter. Ja, ich kriege nur so Applaus, ich freue mich. Jetzt komme ich dann mal eben zur nächsten Dekonstrukteurin, Tanja Krone. Ihr habt es mitgekriegt, Vergesellschaftung der Popstars, Training von Popstar-Praktikanten. Sie ist seit 2006 Regisseurin, Musikerin und Performerin in verschiedenen künstlerischen Kontexten im Ausland, an Spiel- und Produktionsorten für freies Theater wie an staatlichen. Das sage ich deshalb, weil das ist ja immer noch nicht einfach selbstverständlich, dass man so eine Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen Formen hat. Sie hat es irgendwie geschafft. Sie ist Mitbegründerin und Teil einer All-Woman-Band, das Performance-Kollektiv der Maiden Monsters. Da sitzt auch noch ein, sitzt, das ist Vanja Sarkamp, die gehört mit dazu. Begründerin und Leiterin der Gruppe One-Hit-Wonder. Es geht ums Agieren, sagt sie. Es geht darum, zu sagen, was ich will. Das erfordert jeden Tag Mut. Zuletzt begaben sich die drei Künstlerinnen auf Expedition nach Portugal, Spanien und Südfrankreich, um Material für ihre erste dokumentarische Oper, Song of Crisis, zu sammeln. Die Recherche wurde dann auch noch in Griechenland fortgesetzt. Habt ihr dann gleich jetzt noch Syrien vor, das können wir gleich noch fragen. Ihre Inszenierungsvorlagen erstrecken sich von Dramen, Drehbüchern und Romanen hin zu aktuellen Themen. Und es ist immer auch da eine Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft, Kunst und Laien. Tanja ist Absolventin des Hippie-Studiengangs in Hildesheim, nennt sich Angewandte Kulturwissenschaften. Und das ist ein Zitat, weil so bin ich mit einer Kollegin von ihr konfrontiert worden, die sagt, Tach, ich komme von dem Hippie-Studiengang aus Hildesheim. Seit 2013 ist sie auch Gastdozentin mit Schwerpunkt Musikersoziale Aktion in Dortmund. Und sie verfasst außerdem regelmäßig kritische Texte zur aktuellen Lage der freien Kunst. Wie viel kriegst du als Gast? So 23 Euro oder sind es 36? Es sind eher 25. Aber Reisekosten werden nicht übernommen. Ich lese gerne die Lieblingsbeschreibung vor, sie ist interviewt worden. Und dann sagt sie, wie würdest du dich denn als Regisseurin sehen? Dann sagt sie, ach, ich würde sagen, Tanja Krone strahlt Energie aus und besitzt ebenso viel Humor wie Ernsthaftigkeit. Man möchte ergeben, was sie unbedingt verlangt. Eine Offenheit im Spiel und in der Suche nach einer Form. Eine Hingabe zu Details, Rhythmus und Zusammenspiel, was Konzentration und Aufmerksamkeit bedeutet. Well. Gestern hatte die Lady Premiere im Theater Plauen Zwickau zusammengelegt. Bilder einer großen Liebe von Wolfgang Herndorf. War das Haus ausverkauft? Geht's dir gut? War's ein Erfolg? Kann ich alles mit Ja beantworten. Und auch vielen Dank für die Einführung. Soll ich übernehmen? Ja. Der Regiestil wurde im Übrigen nicht von mir so beschrieben, sondern tatsächlich von einer Schauspielerin, mit der ich mal gearbeitet habe. Was irgendwie, was ich dann mal als Kompliment gewertet habe erstmal. Ah, und übernommen. Und habe ich übernommen. Und ohne Angabe von Copyright. Doch, doch, ich glaube, die Quellenangabe steht auch dahinter. Aber es ist ja nicht so schlimm. So will man ja vielleicht auch beschrieben werden. Kann man ja auch offen lassen. Ja, genau. Plauen. Plauen. Es lief sehr gut. Bilder deiner großen Liebe. Das Haus war ausverkauft. Es war allerdings auch die kleine Bühne. Das heißt, maximal 100 Leute haben da reingepasst. Und ich durfte da jetzt schon ein zweites Mal inszenieren. Es ist ein Stadttheater, ein fusioniertes, weil da eben jährlich das Geld gekürzt wird. Das ist sicherlich auch dort ein politisches Thema. Wird aber leider gar nicht so zum Thema gemacht innerhalb der Stadt. Vielleicht darf ich sogar ein drittes Mal da inszenieren. Wird sich jetzt zeigen. Ich habe mich ein bisschen widersetzt der Intendantenriege. Und eine Szene nicht mit reingenommen, die unbedingt mit reingenommen werden müsste. Damit es irgendwie theaterpädagogisch verkauft werden kann, das Stück. Es kann also sein, dass das noch problematisch wird im Nachklang. Aber wenn ich Glück habe, halte ich durch. Und das ist tatsächlich... Habe ich mir jetzt so in den letzten Tagen, als ich diese Anfrage bekommen habe, mir schon so ein paar Gedanken gemacht, oder mir das genauer angeguckt, wie funktioniert eigentlich dieses Theater, an dem man da arbeitet. Und fand es eben durchaus interessant, dass da zwei Männer an der Macht sind sozusagen. Und man oder ich dann jetzt zum zweiten Mal auf der kleinen Bühne da arbeiten darf. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, oder habe eher den Eindruck, ich bin da so geduldet als die junge oder mittelalte Frau mittlerweile. Uns wurde immer nachgesagt, wir machen ja die Kunst, die anderen machen das Entertainment. Die Kunst wird dort sehr geschätzt. Also ich rede jetzt auch gerade von wir, weil die Ausstatterin, mit der ich da zum zweiten Mal zusammengearbeitet habe, die ist heute Abend auch hier. Und ich verstehe uns dann eben eher als Team dort, die mit diversen Sachen umzugehen haben im Laufe einer solchen Probenzeit. Und ich habe, um das vielleicht ein bisschen größer zu machen, oder weil du mich auch gerade so schön eingeführt hast, also ich verstehe mich gar nicht so, als die klassische Regisseurin in dem Sinne, dass ich sozusagen vier bis fünf Produktionen an Stadt- und Staatstheatern im Jahr mache. Und ich habe mich immer gefragt, warum das eigentlich nicht so ist. Oder jetzt gerade wieder habe ich mir die Spielpläne angeguckt für die neue Spielzeit und denke so, hm, warum kommt denn mein Name da jetzt eigentlich nirgendwo sonst vor, außer im Plauen Zwickau. Und es hat sicherlich, oder ich denke, das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist es sozusagen auch sehr frei von mir gewählt, dass ich eben nie Lust hatte, nur also eindeutig an Stadt- und Staatstheatern zu arbeiten und Regie zu machen, sondern eben auch diese Gruppe gründen musste, diese Maiden Monsters, die eben Projekte machen, wie es da vorhin mal gezeigt wurde, die weltgrößte Frauenrockband gründen. Das war übrigens 2008. Und dann irgendwie versuchen, in dieses Guinness Buch der Rekorde zu kommen, was abgelehnt wurde, allein schon beim Antrag, weil wir reingeschrieben haben, also man wird dann so gefragt, warum muss man das machen? Oder wollt ihr das machen? Und wir haben geschrieben, to demonstrate female power. Und wir vermuten, dass es deshalb abgelehnt wurde. Also wir wollten den Rekord von Gottfried Fischer sprengen. Gotthilf, der hat 1.802 Männer dazu gebracht, Smoke on the Water auf Gitarre zu spielen. Und wir wollten eben eigentlich das toppen und 1.803 Frauen und Männer, also das war offen. Also man durfte auch quasi als Mann mitmachen oder auch als Transsexueller, Transsexuelle. Also das haben wir aber leider nicht geschafft, was nicht so schlimm ist, weil der Versuch zählt ja. Und wir haben in fünf Wochen immerhin 300 Leute zusammengekriegt, die in dieser Band, Teil dieser Band waren. Und am Ende gab es ein Konzert und der Song, der am Anfang zwei Strophen hatte, war am Ende eine halbe Stunde lang und wurde eben aufgeführt in der Live Music Hall. Und im Rahmen des Festivals Politik im Freien Theater, da kam irgendwie sehr viel zusammen. Und diese Projekte sind für mich eben auch wichtig zu machen, weil zumindest in meinem Fall beflügelt sich das gegenseitig und ich würde es nicht aushalten an diesen Institutionen, staatlich geförderten Institutionen, mein Leben zu verbringen. Und deswegen muss ich halt ab und zu mal über was anderes machen. Was eben trotzdem was miteinander zu tun hat, weil es geht halt immer um, wie inszeniere ich mich eigentlich oder welche Inszenierungsstrategien gibt es eigentlich sowohl auf der Bühne als auch auf der realen Bühne da draußen oder jetzt hier zum Beispiel? Ich bin ja so die Gemeine und ich habe im Vorgespräch schon gesagt, sag mal, bist du das alles, wenn du sagst, ja, das kann man natürlich so sagen. Ich bin irgendwie, auch wie ich will nicht mit einem Kerl oder mit einer Frau nur sein, ich bin dieses, jenes und jenes, kann man sagen. Aber die Frage ist doch, bist du nicht vielleicht all das, weil du extrem darauf angewiesen bist, nicht nur in dem einen Fonds das Geld zu kriegen, sondern auch vielleicht noch in einem anderen Fonds, da gehst du vielleicht noch ein bisschen zur Bundeszentrale für politische Bildung und dann bist du auch deine Ich-AG, weil du natürlich niemals das Geld hast, auch irgendwie eine tolle Controllerin einzustellen ist das nicht. Und darfst du nicht jetzt im blauen Zwickau sein, weil das ja schon in die Abwicklung insgesamt, also geht die Theaterlandschaft. Und das ist eben meine bittere oder auch meine ernste Frage dahinter. Da, wo die Macht und das Geld ausgezogen ist, da kommen Frauen irgendwie leichter rein, habe ich festgestellt. Ist das zu gemein oder gibt es? Das ist recht gemein und trotzdem ist natürlich ganz viel Wahres dran, vermute ich. Ich habe jetzt den Intendanten von Blauen Zwickau noch nicht gefragt, warum ich da arbeiten darf, aber es könnte sein, dass es damit zu tun hat. Also natürlich wünsche ich mir, sagen wir, ein Haus zu haben oder einen Ort zu haben, wo ich alle diese Projekte, die ich einfach gern machen will, auch in der unterschiedlichen formalen Sprache, die sie dann haben, dass ich die umsetzen kann. Ich muss dafür nicht dreimal im Jahr einen Antrag stellen beim HKF und dann aber zeitgleich noch beim Fonds für Darstände Künste, damit wenigstens einer dieser Anträge durchkommt und am Ende kommt aber keiner durch, weil das Thema dann vielleicht die Frauenfußball-WM ist und dafür interessiert sich dann aber eigentlich keiner. Was interessiert uns der Frauenfußball zum Beispiel und was will man jetzt künstlerisch damit? Interessanterweise gibt es aber dann jetzt schon zu dem Thema Antrag einen Antrag, der jetzt so halb durch ist immerhin. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema Abschaffung des Feminismus oder eben der Frage, muss der abgeschafft werden oder eben nicht? Das ist jetzt eine andere Geschichte, aber... Wird vielleicht ein bisschen vom Gunter-Werner-Institut noch mitfinanziert? Könnte sein. Kann ich ja nochmal lieb anfangen. Aber ja, natürlich hätte ich gern auch, also ich will das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich nicht auf den Tisch bringen, aber weil ich dieses Buch von Virginia Woolf irgendwann mal gelesen habe, ein eigenes Zimmer und ich bringe es so auf meinen Punkt, das heißt halt, sie sagt, eine Frau braucht 500 Euro im Monat und ein eigenes Zimmer, um arbeiten zu können. Ich fände das jetzt okay, wenn ich im Monat 1000 Euro bekommen würde und ich mir selber meine Projekte gestalten kann, so wie ich das gut finde. Und da ist etwas Wahres dran. Ich bin Dozentin in Dortmund, weil ich es auch interessant finde, mit Studenten der sozialen Arbeit zum Thema Musik als soziale Aktion zu arbeiten, aber eigentlich strengt es mich an und es interessiert mich eigentlich auch nicht. Naja, mich interessiert am Ende nicht, was dabei künstlerisch rauskommt, weil es gibt keinen künstlerischen Anspruch und ich merke genau da, dass es mich eben genau deshalb nicht interessiert, weil ich künstlerisch arbeiten will. Mich interessiert es eben dann auch nicht, mit einer Hauptschulklasse in Berlin zu arbeiten, ein Jahr lang, weil für meinen Geschmack weder eine Verbindung zu diesen Menschen entsteht, selbst über das Jahr nicht, du hast es gesehen, deswegen erwähne ich das gerade, noch haben die sozusagen im Nachklang verstanden, was der Ansatz hätte sein können. Dann war das schlecht bezahlt, sehr schlecht bezahlt und künstlerisch interessiert es mich nicht. Also muss ich aufhören, diese Sachen zu machen und gleichzeitig muss ich aber natürlich dafür sorgen, dass ich mein Geld reinkriege, um dann wieder diese anderen Sachen machen zu können, die keiner bezahlt. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus zu sagen, wie hat man... Applaus Es ist halt die Frage, wem der Applaus jetzt gilt. Deiner brillanten, analytischen Schärfe. Ich will zumindest mal als unsere Zwischenfrage feststellen, es könnte schon sein, dass uns die ganzen Staats- und Stadttheater interessieren würde, wenn wir sie dann anders gestalten dürften. Also wenn wir nicht dann auch eben das kleine Haus schnell noch kriegten, naja gut, während eben das Theater ein Unverändertes bleibt. Also weil es ist auch, ich bin ja auch so eine Vagabundin, es ist wunderbar, immer zu nomadisieren, aber gelegentlich ist es auch schön, wenn man schon weiß, wenn man schon im Juni weiß, was im nächsten März zum Beispiel einem passieren könnte. Ohne... Also man weiß es schon, ohne dass man... Oh, irgendwas wird vielleicht... Jemand wird mich anrufen oder so. Das ist ja das, was das freiberufliche, prekäre und freie und wilde und vagabundierende Leben bestimmt. So, ich haue Ihnen jetzt noch fünf Zahlen um den Kopf, dann gehe ich zum Schönen. Weil die haben mich so geärgert, die muss ich mit Ihnen teilen. Also, wir haben in Berlin ein superberühmtes, supertolles, so hoch dotiert, dass man es in keinem... Nirgends habe ich jetzt die Zahl gefunden, aber es ist jedenfalls ordentlich knatter, ist dabei das Berliner Theatertreffen. Es werden die zehn besten, Qualität, 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 die zehn besten Theaterinszenierungen im deutschsprachigen Raum ausgesucht. Das gibt es seit 1964. Die Jurorinnen, also bei Jurorinnen hatten wir 65 männliche und 22 weibliche. Keine Frauen in der Jury gab es in den Jahren von 67, 68, 69, 70, 71, 77 und 2004. Regisseur, Regie beim Theatertreffen. 194 Regisseure inklusive Künstlerkollektive, 22 Regisseurinnen. Da waren dann so wichtige Personen wie Pina Bausch und Kate Mitchell und Karin Henkel zum Beispiel dabei. Autorenschaft seit 1964. 165 Autoren, zehn Autorinnen. 1980 war überhaupt zum ersten Mal eine Regisseurin eingeladen zum Theatertreffen. und es gab nach 1980 tatsächlich noch neun Jahre, wo es Festivalausgaben gab, wo nicht eine einzige Regisseurin eingeladen war. Sonst gab es tatsächlich nur zwei Regisseuren pro Jahr. Das war das Größte. Also das, finde ich, sind schon Dinge, da muss man Qualitätsfragen vermutlich nicht mehr stellen, sondern da ist man vermutlich irgendwo was anderes. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage an dich stellen. Hat dich deinen Hippie-Studiengang auf die prekäre Lage vor allen Dingen von Künstlerinnen vorbereitet? Die haben uns beigebracht, wie man Anträge stellt. Immerhin. Immerhin. Na gut. Darf ich eine Zahl dazufügen? Also nur, weil sie mich so schockiert hat. 2014 allerdings schon. Da waren in dem Spielzeithelf des Staatsschauspiel Stuttgarts das bestbezahlte staatliche Theater 28 männliche Regisseure und zwei weibliche. Nur, um die Zahlen zu ergänzen. Das hat mich schockiert damals. Kann dich heute auch noch schockieren, finde ich. So, Suki. Queen of Berlin. Ich habe viel gelernt in der Vorbereitung. Das ist zwischen Queen and King, wie man sich vorstellen kann. Und außerdem ist er the Queen of Berlin. Und den Künstlernamen entlehnte sie dem von Michelle Pfeiffer gespielten Charakter Suki aus dem Film Die Hexen von Eastwick. Mit zweieinhalb Jahren wurde sie zwangsum gesiedelt aus Meck-Pom. Da wurden ihre, ihr Vater politisch verfolgt und dann ging sie, also mit diesem real existierenden Sozialismus in der frühkindlichen Phase hat sie dann relativ schnell was kühnes gemacht. Sie wurde nämlich wenige Jahre in die Grundschule der Walddorfschule eingeschult. Und wie sie sagt, ihre Sprachaffinität und ihre Begeisterung für kreative Prozesse waren da schon gefördert, obwohl du auch gleich wieder Knatsch hattest. Das kannst du aber vielleicht noch erzählen. Wunderbar. Die wilden Jugendjahre verlebte Suki zuweilen etwas vernebelt, das fand ich auch lustig, zwischen in ihrem Fall zeitverschwenderischem Street-Gedöns und der ambitionierten Suche nach Identität und Inhalt. Hip-Hop hat sich ziemlich früh in ihre Lebenszusammenhänge geschlichen und seit 2003 bist du mit dem Label Springstoff verbanzelt. Sie haben das so schön, ich habe das ja alles irgendwie aus deiner eigenen Website raus, sie kam in die professionelle Obhut. Gleichzeitig nahm sie ihr Studium für Germanistische Linguistik und Gender Studies auf und fing an, jetzt immer zweibeinig durch die Gegend zu gehen, also zu studieren und gleichzeitig Musik zu machen. Das Magazin Zeit Campus hat sie als eine der hundert wichtigsten Studierenden Deutschlands genannt. Und ach ja, sie promoviert auch noch ein bisschen zu einem Schnittmengenthema aus DDR-Geschichte, Geschlechterkonzepten in der Pädagogik und sozialräumlicher Unfreiheit. Da kriegen wir gleich nachher eine Eingangsthese, hoffentlich von dir. Zugi versteht sich als Rapperin, sie fühlt sich heimisch am Textblatt, auf Beats, im Studio und in der Bühne. Es ist ihre erste kulturelle Liebe und Rap nach wie vor ihr favorisiertes Medium. Und natürlich möchte ich gerne den Titel ihres 2005 erschienenen Solo-Debuts sagen, Kopf, Herz, Arsch, dem öffentlichen Ohr zugänglich machen und dann außerdem bist du aber auch sehr eigentlich mit Poetry-Slam beschäftigt. Sie will das politische Potenzial des Hip-Hop als Jugendkultur nutzen und gleichzeitig den Makel des Hip-Hops überwinden hinsichtlich Sexismus, Homophobie sowie Gewalt und Kapitalismus-Idealisierung. Das fand ich schön in einem Atemzug. Sie ist dezidiert Feministin und sie trägt die... Ich habe in meinem Kleiderschrank geguckt, ich wollte heute auch aufkommen. Ich habe nichts lilafarbenes gewunden. Sie trägt offensiv die Farbe lila, weil sie mit der Frauenbewegung assoziiert ist. Liebe Suki, sprich los. Ja, also das... Ich habe 2009 das Studium beendet, habe dann versucht zu promovieren. Zwei, drei Semester lang in die Zeit, viel auch der Quatsch mit dem Zeit-Campus-Ding, das ist ja alles albern. Und ich habe aber auch wieder abgebrochen tatsächlich. Ich hatte Angst vor meinem Kolloquium. Ja, ich saß da und dachte, nein, ich muss morgen in die Uni, ich habe Angst davor. Das waren ganz schreckliche Zustände tatsächlich. Da saßen halt Leute, die waren dreimal so alt wie ich und haben halt den krassen Scheiß gemacht. Und ich saß da mit meiner kleinen These und meine Doktormutter meinte, du konntest das schaffen, aber ich fühlte mich dann nicht danach. Außerdem bekam ich zweihalbe Stellen, die richtig bezahlt waren und so. Und das mit der Bühne lief ganz gut an. Und dann wäre das... Also ich habe in einer freien Schule Kreuzberg gearbeitet als Lehrerin und im Quereinstieg und habe so ein Jugendkulturprojekt koordinieren dürfen in Mecklenburg wiederum. Genau, das waren dann schon 40, faktisch 60 Stunden und dann am Wochenende noch die Bühnen. Dann war dann zum Glück keine Zeit mehr zur Promotion. Vielleicht nehme ich das wieder auf, mal gucken. Aber es ging um die eigentlich gegenderte Entwurf der sozialistischen Persönlichkeit und deren Anerziehungsmodelle in den Jugendwerkhöfen. Der gegenderte Entwurf im Sozialismus. Entschuldige bitte. Die sozialistische Persönlichkeit tat ja in der Ideologie so, als sei sie geschlechtsneutral. Das ist natürlich Quatsch. Und meine Idee war da drin, sozusagen Männlichkeitsbilder zu finden, die die Grundlage dessen waren, wie eben in den Jugendwerkhöfen, Pädagogik... Jugendwerkhöfe. Wisst ihr alle, was Werkhöfe sind? Jugendwerkhöfe waren in der DDR so eine Mischform aus Jugendheim und Jugendknast. Ah, okay. Da gibt es hier Sachverständige. Aha, okay. Und auf die Idee, dass du vielleicht deine Doktorarbeit rappen könntest, bist du nicht gekommen? War noch nicht so weit. Ja, also geht innerhalb der Kunst schon. Also ich habe verschiedene schwierige Diplomarbeiten durch die Gremien bekommen. Ja, doch. Also du könntest es versuchen, ich könnte nochmal vielleicht das später. Ja, faktisch hatte ich aber auch keine... Wenn du auch so Zahlen hören willst direkt... Also ich hatte da auch keine Förderung, ich habe kein Stipendium erhalten. Die, die sich um DDR-Krams kümmern, die... Es gibt ja so eine eigene Stiftung, die sich um die... Aufarbeitung. Richtig, die wollten das nicht mit dem... Und da waren so Unterstriche und so, das war nichts. Da war ich schnell wieder draußen. Und genau, und in den anderen Stiften... Ich habe es dann auch irgendwann tatsächlich... Ich hatte wirklich Angst davor. Ich habe mich total eintüchtern lassen von den anderen, von meinen Mitstudierenden in dem Kolloquium. Und wenn Ihre Aufmerksamkeit jetzt etwas, sagen wir mal, geteilt ist, weil ihr denkt, was steht da drauf? Ich kann es euch sagen, wir haben es nämlich von nahe angeguckt. Das heißt Word Nerd. Und es stellt sicher, dass ich niemals in einer Bank arbeiten muss. Ja. Sie hat sozusagen, und das fand ich eine sehr lustige Vorstellung, dass sie sich vielleicht davor schützen muss, dass sie irgendwann mal auf den irrsinnigen Gedanken kommt, ich möchte in einer Bank arbeiten. Dann geht es aber nicht, weil da drauf steht Word. Ich würde es so gerne, aber ja. Mich würde interessieren, also jetzt ist nach, wie gesagt, 33 Jahren, dass die Grünen die Quote eingeführt haben, was ich doch, ehrlich gesagt, von jetzt aus gesehen ziemlich mutig fand. Auch weil wir uns damals einfach diesen Kerlen in den Weg gestellt haben, gesagt haben, ach, übrigens wird auch die Redezeit quotiert. Wir haben so etwas eingeführt wie ein Reißverschluss-Redeprinzip. Gibt es das noch bei Grünz? Ja, ja, klar. Oh, das gibt es noch. Aber wir haben neulich erfahren, dass alljährlich bei jeder, vor jeder delegierten Versammlung steht wieder die Frage nach den 50 Prozent doch auf dem Prüfstand, gibt es wieder Anträge, das abzuschaffen, weil man ist ja jetzt, man es ja jetzt geschafft hat. Ist es für dich alles spooky, wenn du irgendwie diese Quotendiskussionen hörst oder sagst, kannst du dir vorstellen, dass man in deinem Business, also das ist auch ein bisschen eine Frage an dich, Tanja, wenn wir jetzt einmal die Vorstellung haben, ja, es geht um die Produktionszusammenhänge, ja, es geht darum, dass wir selber Maßstäbe setzen können. Das können wir leider nur, wenn wir Geld haben und nicht, wenn wir jemanden fragen müssen, ob es vielleicht gerade passt oder nicht stört, wenn wir unsere andere Perspektive auf die Welt darlegen. Hast du das Gefühl, Quote could help? Ja, unbedingt. Natürlich. Also die Quote, also ich habe ja auch schon vereinzelte Interviews in so Hip-Hop-Kontexten, das mal vorgeschlagen. Die wussten sich überhaupt nicht mehr zu helfen mehr. Die wussten gar nicht, wie darauf reagieren soll. Die Schwierigkeit ist aber auch tatsächlich, dass natürlich Hip-Hop als ein subkulturelles und popkulturelles gleichermaßen fällt, natürlich überhaupt nicht institutionell irgendwie angebunden ist und dass sich deswegen der ganze Quatsch auch gar nicht auszählen lässt. Also es gibt keine Preise, keine Stipendien, keine Bühnen, keine Jobs, die man irgendwie auszählen könnte, um auf dieser Basis irgendeine Forderung zu formulieren. Ich kann sozusagen, man könnte jetzt irgendwie die Beitragsdichte, die Anzahl der Artikel, die Anzahl der Reviews und so weiter im Magazin durchzählen. Man könnte auch die Präsenz oder die Anzahl der Acts auf Festivals und so weiter auszählen. Das ginge tatsächlich. Aber das richtet sich ja dann an die Musikindustrie und die ist ja meistens eher frei von Förderung, sondern trägt sich selber am Kapitalismus irgendwie. Und es gibt auch immer mal wieder so Anläufer von, also ich weiß nicht, der Bayerische Rundfunk hat in irgendeinem Format vergangenen Sommer, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war ganz putzig, mit so Festivalplakate, zwei Varianten dargestellt, nämlich einmal mit dem faktischen Line-up und einmal mit dem faktischen Line-up abzüglich aller Bands, die ausschließlich aus Männer bestehen. Und dann hatte man so unheimlich viel Farbe, ganz wenig Text, so Band, Band, fertig. Und dann konnte man, das ist so ein bisschen blöd, phallozentrisch und auch sexistisch mit Würstchenparade oder so betitelt. Aber genau, dass sich der Festival-Sommer als Würstchenparade irgendwie, haha, fand ich jetzt nicht so. Aber tatsächlich eine wichtige Arbeit, also wie jetzt auch gerade diese Bilder rotieren, wo aus irgendwelchen Parlamenten auch die Männer entfernt werden und dann steht da so eine Frau und noch so eine und das war es und unheimlich viele freie Stühle und so. Also an der Stelle geht es schon, aber faktisch tatsächlich irgendwie, das auf Hip-Hop zu reduzieren ist, glaube ich, also auf Hip-Hop zu spezifizieren ist schwierig tatsächlich. Es gibt keine Zahlen. Ich habe tatsächlich vorgestern eine Zahl gelesen, es hat so eine Online-Casting-Sache, wo irgendwie die Musikindustrie irgendwie einen neuen Star hervorbringen will und das haben alle möglichen Vertriebe, PR-Agenturen, Management-Agenturen und Labels suchen jetzt gerade wieder irgendwen, also im Bereich Hip-Hop und einer der Juroren, der ein sehr angesehener, arrivierter Hip-Hop-Journalist ist, sprach jetzt darüber, wie sich das so anfühlt, wenn man so 523 Beiträge gehört hat, unter denen gefühlt drei von Frauen stammten. Jetzt müsste man mal ausrechnen, also wie viel sind drei Prozent von 523? Können hier ganz viele. Gibt es hier eine Bankangestellte? Also, bitte? 15, ja. 15 irgendwas. Irgendwas über 15. 15? Ja. Drei von 523? Null Komma, danke schön, ja, gruselig, ja. Und also meine Schätzung, ja, ja, ist ja unter fünf. Fünf wäre ein Prozent, glaube ich. Und das ist jetzt, das liegt schon, das Lustige ist, der Typ, der Typ sagte, oh ja, das wäre ja Mathe, achso, dann hat er noch so einen dummen Spruch gemacht, wobei er sich nicht sicher war, ob die eine von den drei auch wirklich eine Frau sei. Also, das ist so das Level, und das ist ja schlau noch unter denen, muss man dazu sagen. Das ist das Level, auf dem ich mich auseinandersetzen darf. Tatsächlich, und dabei ist Hip-Hop wirklich eine wichtige Angelegenheit. Hip-Hop ist ein Wirtschaftsfaktor. Also, guckt in die Charts übers Jahr, es sind auf jeden Fall immer Rap-Platten da drunter. Ja, also, verschiedene Figuren sind unheimlich medienpräsent und unheimlich verkaufsstark, haben ihre eigenen Reality-Formate im Fernsehen, hängen so Casting-Shows in einer Jury ab. Das ist nichts, also nichts so Randläufiges, dass man das irgendwie ignorieren könnte. Das Problem in Deutschland ist aber so ein bisschen, dass tatsächlich so das hochkulturelle Ding auf diese peinliche Jugendkultur mit den dummen Handbewegungen, was man so maximal irgendwie für die pädagogische Arbeit so ein bisschen einkaufen kann, um so ein paar Straßenkits zu bespaßen. Kriegst du Geld für kulturelle Bildung, für nicht wenig, jawohl, ist jetzt ein Zwang. Ja, ja, aber tatsächlich ist es natürlich, also trotzdem, also ich habe das auch viel gemacht, ich habe viel Workshop-Arbeit gemacht, ich habe viel politische Bildung über das Hip-Hop-Vehikel gemacht und fand es immer scheiße eigentlich, weil ich wusste, dass es niemand wirklich ernst meint. Also, dass es immer so ein bisschen so ein Ding war, ja, was machen die Jugendlichen ja irgendwas mit Hip-Hop und irgendwas mit YouTube und so. Und man befasst sich dann auch nicht damit, sondern das wird irgendwie eingekauft und ich fand es immer schlimm. Und dann am Schluss muss man, dann kommt noch irgendein lokaler Pressefotograf und dann muss man irgendwas mit den Händen so machen. Das ist gruselig. Ich hasse es. Also, ne, zu dem Punkt irgendwie Jobs machen. Ich hatte immer Bock auf die Jugendlichen, ich mochte die immer. Aber sozusagen das, was bei rumkam, stand immer nur dafür gerade, letzten Endes irgendwie den Antrag, den Folgeantrag dann zu sichern oder so ein Quatsch. Also, es ist wirklich, eigentlich geht es um Stellenerhalt für diejenigen, die es koordinieren und nicht für diejenigen, na gut. Also, Kunst wird immer mehr, das, ich sehe ja viele involvierte und wissende Gesichter, wir werden immer mehr zu AntragskünstlerInnen und ich habe das natürlich auch als Hauptstadt-Kulturfonds-Lady auf der anderen Seite erlebt, wie es wirklich schon verschiedene Personen gibt, die dann Anträge für die anderen schreiben. Die sehen dann halt alle aus wie Copy-Paste. Sieht nicht gut aus. Aber ich will dir nochmal was zu dieser Realität. Also, es gibt schon Zahlen in diesem Musikbetrieb. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Lollapalooza Festival, da wurde tatsächlich mal nachgefragt und gesagt, ey, bist du eigentlich irre für diesen Typ, der das organisiert hat? 90 Prozent weiße, männliche Performer, ist das noch zeitgemäß? Und er sagt, das kennt man ja, kennen Frauen wirklich gut. Ich habe gerade, ich habe keine anderen gefunden. Ich habe also wirklich, ich habe mich wirklich bemüht, ich habe sie aber nicht hingekriegt. Und eine sehr empörte Kerstin Greta von Zeit Online sagt, das internationale Netzwerk für KünstlerInnen im Elektrobereich hat nachgerechnet, dass auf deutschen Festivals der Anteil von weiblichen DJs bei insgesamt gottsverdammten, wie sie schreibt, 10,3 Prozent liegt. Und sie zieht daraus, die bittere Konsequenz, Frauen sind nur Teil des kommerziellen Spiels, indem sie Bewunderung bezeugen und Konzerttickets kaufen. Die Männer stehen auf der Bühne, die Frauen davor, sehr originell das. Ja, naja, es gibt dann halt noch diese Beyoncés und so weiter, die natürlich unheimlich Raum nehmen, inszeniert sind. Und dann denkt man, nü, ist ja alles voll von Frauen, weil Beyoncés da ist. Und es ist cool, dass es die gibt, aber irgendwie, dann hört es halt auch schnell auf. Also sozusagen in einer, also es gibt dann, die haben die gläserne Decke irgendwie durchbrochen. Keine Ahnung, welche Scherben da unten rumliegen und wer sich da dran die Füße blutig tritt. So, das ist auf jeden Fall ein ziemlich unangenehmes Geschäft insgesamt. Tatsächlich ist es, also für Hip-Hop nochmal einfach aufgrund des Formats, und Hip-Hop gilt eben als Battlekultur und als Konkurrenzkultur so, nochmal besonders fies. Also tatsächlich, also ich habe, ich könnte jetzt hier sitzen und drei Stunden lang am Stück männliche deutschsprachige Rap-Artists aktiv und im Rap-Ruhestand aufzählen. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten eine Liste angefertigt mit irgendwie recherchierbaren, noch aktiven oder sich im Rap-Ruhestand befindlichen Rapperinnen, deutschsprachig gefunden. Und ich komme auf 70. Und allen, denen ich das sage, die so ein bisschen mit Rap sich befassen, sind es, oh, wirklich. Und die gibt es irgendwie schon, aber die haben halt auch eventuell nochmal irgendwo eine Strophe bei irgendeinem anderen Typen oder so gerappt. Also die wenigsten davon sind wirklich Künstlerinnen, die irgendwie davon leben können oder noch aktiv sind oder wirklich eine Karriere hinter sich haben und so, weil es ist wirklich bitter. Und auch wenn man sich dann irgendwie in den Medien bewegt mit dem Thema, dann versucht sozusagen das journalistische Gegenüber sich vorbereitet zu geben und dann werden so drei Namen genannt von Frauen irgendwie aus dem Ende der 80er oder 90er Jahre, die halt wirklich so, die sind schon, die, nein. Es ist echt traurig. Und es ist tatsächlich auch in dem Bereich schwierig, Leute zu finden und es ist auch schwierig, den Punkt fand ich sehr interessant von dir gerade, Tatjana, Frauen zu finden, mit denen man inhaltlich cool ist. Weil ich natürlich auf meiner Bühne mich entscheiden muss zwischen einem coolen Content und einer Frauensolidarität und die Schnittmenge daraus ist halt nochmal kleiner. Weil natürlich ganz viele Frauen in dem Bereich sich auf dieses Teil- und Herrschenspiel eingelassen haben und halt die eine Frau, wie Schlumpfine in Schlumpfhausen, um mich auf Anita Sarkisien zu beziehen, irgendwie ihre Frauenrolle spielen zwischen all diesen Männern, die echte Charaktere und Persönlichkeiten und Images haben. Hingegen sind sie dann halt die Frauen da drin und da fertig und haben auch gar keinen Bock irgendwie sozusagen da entthront zu werden oder so, indem sie sich auf andere Frauen beziehen. Und ich habe auch immer wieder versucht, was anzustoßen, immer mal wieder gelingt es mir. Wir haben seit einer Weile diese Female-Hip-Hop-Party-Reihe mit Konzert und Auflegerei im Anschluss, Female Focus, das heißt die, die jetzt gerade nach Leipzig gezogen ist. Wir haben zum Abschluss davon im Sommer noch ein Festival gemacht, auch mit Podium, Tatjana war da, wir wollten lernen, zu der Frage, wie kommen wir da raus. Und natürlich läuft es hinaus vor allen Dingen auf den Punkt Durchhaltevermögen, also wirklich dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen. Das ist ja ähnlich, was du auch sagst, immer wieder rein. Sich aufeinander beziehen, Netzwerke schaffen, sich gegenseitig verlinken, sich gegenseitig einladen, sich gegenseitig featuren, also Netzwerk und Durchhalten ist, glaube ich, das zentrale Ding. Auch so wird man dann irgendwann über die Dauer der Zeit besser, weil tatsächlich, glaube ich schon, wenn man nicht in der Materie drin hängt, die drei Frauen, die man dann so kennt als, sagen wir mal, Festivalveranstalter, haben halt wieder keine Zeit, keinen Bock, sind gerade in Elternzeit oder was auch immer. Und die anderen kennt man halt nicht oder findet die halt auch einfach nicht gut. Und tatsächlich, wenn die nicht eingeladen werden, werden die auch nicht besser. Und so Qualität und Skillfragen sind massiv im Rap. Und wenn du da einfach irgendwie zehn Jungs da stehen hast, die alle übertrieben auf den Takt gehen und einfach nur umhauen und du denkst, wow, nur Scheiße erzählt, aber krass gut. Und dann hast du halt irgendwie eine kleine Frau darunter, die halt überhaupt keine Bühnenerfahrung hat und dann da hoch geht und gleich dreimal den Einsatz verkackt. Dann ist das halt scheiße, dann hat auch die Frau nichts davon, weil sie dann maximal, also der Inhalt ist sowieso durch, Skill ist sowieso durch und da wird noch diskutiert, ob sie irgendjemand heute Nachbett nach Hause nehmen will oder nicht. Ich möchte auch noch über Zahlen reden. Ich habe 2013, das war die Berechnungsgrundlage für mein Elterngeld, über 100 Konzerte gespielt, Workshops gegeben und Podien gemacht und so weiter. Und habe am Ende ein Elterngeld gehabt von 685 Euro auf der Grundlage von über 100 Veranstaltungen. So wird es ein Thema, weil du vorhin so Zahlen wissen wolltest, ich wollte nochmal kurz ein bisschen rumheulen an der Stelle. Ja, rumheulen ist angesagt. Jetzt muss man, ich weiß nicht, macht man so, wenn man nicht klatschen will, macht man glaube ich so. Zustimmung. Also Empathie heißt, ja, Empathie. Ich möchte euch alle fragen, ob diese schwer überregulierenden Schweden es vielleicht dann doch aber richtig machen, dass sie nämlich im schwedischen Filminstitut einfach Sensibilitätstraining zum Thema kulturelle Diversität für Entscheidungsträger verlangt. Und wenn ich mir überlege, ist das was, wo ich, also ich bin so ambivalent, ich denke, oh nee, oh boah, wie hört sich das schon an. Aber, was sagt ihr dazu? Ich sage noch gleich was anderes. Sagt euch der Bachelor-Test was? Ja. Begdel, ja. Mir nicht. Wem sagt das alles was? Wow, seid ihr informiert. Wem sagt das nichts? Naja, das ist so viel Hälfte, das muss ich doch sagen. Also, geht zurück auf die Comiczeichnerin Alison Bichdel. Begdel. Oh, Begdel. Begdel. Vielleicht ist sie Franco-Kanaderin, dann ist es Begdel. Okay. Wie dem auch sei, die in ihrem Comicstrip Dykes to watch out for, Lesben, von denen man sich in Acht nehmen muss, dort einen Kriterienkatalog zur Beurteilung des Rollenverständnisses von Frauen in Spielfilmen vorgelegt hat. Relativ simple Regel. Gucken, ob man das auch auf Stücke anwenden kann, ich weiß es nicht. Man kann den Test nur bestehen und damit natürlich auch nur Knatter kriegen, wenn mindestens zwei Frauen mit Namen darin vorkommen, sie heißen, die Frauen heißen, mindestens zwei Frauen miteinander reden und zwar mehr als ein Einzeiler, weil in vielen Bond-Filmen ist es zum Beispiel so, dass die nur Hello oder Ah sagen. Drittens. Es muss in diesem Gespräch mindestens ein anderes Thema geben als Männer. Vier schwedische Kinos und ein skandinavischer Fernsehsender namens Viasat Film machen ernst und zeigen nur noch Filme, die diesen Test bestanden haben. Können wir da nochmal zusammen und mit Ihnen, weil jetzt müssen wir es spätestens öffnen, wir sind schon viel zu spät, macht aber gar nichts. Ist es etwas, was wir uns vorstellen wollen, wo wir für eintreten könnten, wo wir Kraft sammeln könnten, Manifeste schreiben? Und ist es auch bei, oh, La Crone knurrt, kannst du das mal in Worte? Kannst du versuchen. Also kommt mir erstmal so ein bisschen kleinteilig vor. Also mir wäre es fast lieber, auch weil wir jetzt oft dieses Wort Quote und Qualität fielen, diese beiden Wörter. Ich habe ja den Eindruck, dass wenn man, also jetzt mal nur auf den Theaterbereich beschränkt, oder eigentlich habt ihr ähnliche Sachen gesagt, wenn man mal die Fifty-Fifty-Variante machen würde, also ich bin übrigens auch pro Quote, auch wenn das jetzt die Diskussion nicht unbedingt anheizt vielleicht. Aber wenn man das mal, wenn man das mal, weil ich finde, allein, dass da einfach so ein paar andere Augen auf Sachen gucken, oder dass sich auch Bilder, also zum Beispiel die Frauenbilder auf der Bühne sind ja wirklich ganz oft ganz, ganz schrecklich. Man hält es nicht aus und ich glaube, das bin ich nicht alleine, die das denkt. Oder auch Rollen, die da in Stücken stehen oder so. Also ich könnte mir eher so vorstellen, dass man was auflegt, dass man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, wer die Stücke aussucht eigentlich, die dann so in den Theaterverkehr kommen, aber dass man sagt, irgendwie mindestens 30 Prozent der Stücke, da müssen auch Frauenrollen drinstehen, die über 40 sind. Also nicht Julia und irgendwie bis 30 dürfen die Damen alles spielen und dann wird es irgendwie langweilig. Also sowas fände ich interessant, dass man da ansetzt. Aber ich finde eben auch wirklich, lass uns doch mal 50-50 machen. Ich finde das einfach als Gedankenspiel oder überhaupt als das spielerisch mal zu betrachten und zu sagen, wir machen das jetzt mal drei Jahre, mal gucken, was dann passiert. Vielleicht hat sich nach drei Jahren jeder daran gewöhnt irgendwie. Warum kann man das nicht machen? Und ich glaube, wenn da andere Leute sitzen und nicht eben immer die, die man eh kennt, die Namen, wo dann auch der Deutsche Bühnenverein zu mir am Telefon sagt, ja, zu Gehältern können wir nichts sagen und wir können natürlich auch nichts sagen dazu, wie viele Männer und Frauen am Theater arbeiten. Das hat ja was mit Qualität zu tun. Also es sagt der Deutsche Bühnenverein, Mia am Telefon, dass das was mit Qualität zu tun hat und dass ja wohl der Marktwert das Entscheidende ist, wo man so eben, was du am Anfang schon mal gesagt hast, wer entscheidet denn über den Marktwert? Das ist doch gemacht. Da gibt es doch Leute, die am Theater arbeiten, um einen Marktwert überhaupt erst herzustellen. Das ist irgendwie ein bisschen naiv oder genau. Also ich bin einfach so dafür, dass man da mal 50-50 macht und zwar ab morgen und dann würde ich nochmal gucken wollen, was sich auf den Bühnen verändert. Vielleicht verändert sich aber auch nichts, aber versuchen kann man es ja mal. Ich habe mal so gedacht, das sind auch wieder zwei verschiedene Sachen. Also die Förderleute oder überhaupt Leute, die in entscheidenden Positionen sitzen, mal in so ein Training zu schicken, ich glaube, das ist auf jeden Fall gut, weil die sind gar nicht da an dem Punkt, wo wir jetzt hier sind. Das ist ja für die Katastrophe möglicherweise sogar, fast schon allein nur dahin geschickt zu werden und überhaupt darüber was zu lernen, was ihr Weltbild verändern könnte. Geschweige denn, dass sie danach dann danach handeln oder Handlungsorientierung haben müssen. Und was den Bechdel-Test angeht, da würden also Lieblingsfilme von mir wegfallen und deshalb bin ich dagegen. Und ich würde eher dafür plädieren, dass man so die heterosexuelle Matrix mal sprengen sollte und im Film und dann eigentlich, wir bräuchten eher so eine Genderquote für den Film, also die einfach Geschlechterbilder infrage stellen oder neue erfinden und dann auch vor allen Dingen Filme durchzulassen, die formal interessant sind und anders sind und einfach eine andere Ästhetik haben, die irgendwie experimentell und wild sind. Und das ist das, was mich interessiert letzten Endes, wenn es überhaupt um dieses Thema geht, was sollte sich nochmal inhaltlich ändern. Wenn man jetzt mal absieht von, ich bin absolut d'accord, was du sagst, oder schreibe ich das Wort, 50 Prozent ab heute und dann ist es doch gut. Und dann wird man sehen, was sich ändert. Aber dass sich dann per se was ändert, das halte ich, dass Frauen sind ja nicht per se das emanzipierte Geschlecht und da bin ich dann immer sehr, ja, also, ja, das ist aber dann auch nicht das Thema. Aber könnten wir uns vorstellen wollen, dass wir sagen, genau für, also, jenseits der Quote brauchen wir dringend und ich glaube, das ist eben das Groß, die große Krux auch. Ich meine, die Fernseh, die bestehen ja eigentlich nur noch aus Krimis und der Fortschritt ist, dass jetzt Frauen nicht mehr nur 9 Prozent Tatortkommissarinnen sind, sondern, glaube ich, mittlerweile jetzt sogar 12 Prozent. Das war ja auf dem ersten Panel. Also ein mächtiger, nicht mehr nur in der, wie gesagt wurde, nicht nur die Leiche in der Plastiktüte ist weiblich, sondern auch die Kommissar, also auch die, die sie findet und gerne auch die Doktorin, die sagt, warum sie tot ist. Das ist ja aber auch eher die gähnende Langeweile. Also könnte man sich vorstellen, dass wir auch eben neben der Quote dafür streiten, zu sagen, wir brauchen auch so etwas wie ein Korridor für das Experimentelle, für neue Formate, für neue Geschlechterbegriffe, dass wir das noch mitdenken, ist vielleicht nicht so schlecht, oder? Ulle musste so lange jetzt schweigen. Das ist super spannend. Achso, wenn zu viele Mikros an sind. Ich glaube eigentlich, dass es, also die neuen Formate und das, was du gerade gesagt hast, Adrienne, das, also dafür brauchen wir auf jeden Fall immer Raum. Ja, immer. Also dieser Mainstream und auch das, was die Quoten, also ich bin jetzt einfach mal im Film- und Fernsehbereich, also die Einschaltquoten einfach, die dominieren das ganze Geschäft. Also das ist tatsächlich, das führt zu einer großen Einfalt. Also da ist wenig Raum mehr für Experimentelles. Also das, glaube ich, ist tatsächlich auch eine Frage. Das ist ein wirtschaftlicher Faktor. Über die Einschaltquoten funktioniert das, was diejenigen meinen, die auch Programmentscheidungen treffen, was wollen die Leute sehen. Die messen das ja auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass, also ich glaube tatsächlich, dass Vielfalt oder dass auch was anderes, auch andere Rollenbilder sich, glaube ich, zum Beispiel auch nicht darüber entwickeln lassen, dass man sagt, wir geben jetzt so etwas wie inhaltliche Vorgaben. Also ich glaube, dass so eine Quote oder auch die Frage von, von paritätischen Besetzungen in Juries und bei Preisvergaben, dass das auf jeden Fall ein Instrument ist, was hilft. Das brauchen wir. Aber inhaltliche Vorgaben, da würde ich mich zurückhalten, weil ich schlicht und ergreifend glaube, das ist so ähnlich wie bei dem Argument, was wir sagen, ab einem Bestehen von 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten, so das klassische Argument, verändert sich quasi auch die Einflussnahmemöglichkeit von Frauen. Und also das, was Frauen in einer geringen Zahl im Kulturbereich in Leitungsfunktionen oder als Regisseurinnen machen, hat ja immer zur Folge, dass sie, sie müssen immer noch die Besseren sein, sie müssen immer noch die Angepassteren sein, sie müssen immer noch gucken, dass der Umsatz auch am Ende stimmt und dass die Einschaltquoten stimmen. Das heißt, die Gestaltungsspielräume für Frauen, auch mal was anderes zu erzählen oder quasi auch ihre weibliche Sicht auf die Dinge darzustellen, die haben wir ja nicht. Also die Frage einfach, die ewige Frage, wann sind wir so weit, dass Frauen einfach auch mal einfach richtig schlecht sein können und es ist trotzdem okay. Und ich muss noch, jetzt wo ich einmal dran bin, lasse ich mir gerade nicht nehmen. Genau. Wir sind aber eigentlich immer gut. Genau. Ich wollte noch eins sagen mit dieser Frage Diversity-Trainings oder sowas. In Schweden, glaube ich, ist das für die gar kein Problem, weil die sind insgesamt, was die Diversity-Fragen angeht, oder die Geschlechtergerechtigkeit als Gesellschaft an einer anderen Stelle als wir. Da ist es, glaube ich, für die keine große Nummer. Für uns wäre das eine große... Für die Bayerische Filmakademie. Ja, ja, das, da gebe ich dir zu, also das könnten da einige gut brauchen. Das ist, glaube ich, ohne Frage so, aber das wäre sicherlich schwierig, hier durchzusetzen. Trotzdem kann man darüber reden. Ich will noch eins sagen, falls wir kein Schlusswort mehr haben. Oder haben wir eins? Ja, nee, haben wir noch. Haben wir nicht mehr. Gut, ich wollte nur... Danke, dass es Leute, die wollen noch was sagen. Ja, genau. Ich wollte aber trotzdem eins noch sagen, weil diese Linie, über die wir gerade sprechen, womit verändern wir was? Wir verändern im Prinzip durch so eine Sichtbarkeit und eine Debatte was, die wir hier auch haben. Aber eins noch mal, also wenn man sich die letzten anderthalb Jahre mal anschaut, ganz, ganz viel Aufmerksamkeit hat ja pro Quote Regie dieser Aufruf gehabt. Ja, und wir haben aus... Auch pro Quote Medien. Pro Quote Medien im... Pro Quote Medien davor geschaltet. Dann pro Quote Regie, ja. Und aus pro Quote Regie und auch an der Stelle Unterstützung aus ministerialen Geldern für die Berlinale, für die Kampagne ist medial die Berlinale der Frauen im Titel geworden. In ganz vielen Berichterstattungen. Ihr habt es alle gelesen, ja. Das war die Berlinale der Frauen irgendwie. Auch wenn das vielleicht der Eröffnungsfilm war und du hast es kritisch angemerkt. Aber egal, es ist die Debatte. Und es war dann Cannes auch interessanterweise mit ganz vielen Frauenfilmen. Frauenfilmen und eine Aufmerksamkeit, die medial einfach darauf gelenkt wird, was machen die Frauen da eigentlich? Das ist für mich eigentlich der springende Punkt, dass ich sage, der ganze Regie- und Filmbereich ist im Moment in der Debatte so etwas wie der Türöffner. Und da müssen alle anderen nachher mit durch. Und ich glaube, dass wir über diese Frage, wenn die in so vielen Podien, mittlerweile bei so vielen Akademien, bei Institutionen, so Diskussionen, wie wir die hier führen, führen, dann finde ich es immer auf dem richtigen Weg. Okay. Ich glaube, es wird so ein bisschen mehr eine Bemerkung, und zwar zum Bechtel-Test. Ich bin so ein bisschen mehr, so ein bisschen neue Generation auf Mainstream-Streaming-Diensten unterwegs und gucke auch relativ viele amerikanische Serien. Und da ist das mittlerweile zu einem Hobby geworden von mir, die Sachen zu gucken, die auch teilweise Freundinnen von mir total toll finden. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Suits. Ich weiß nicht, manche Leute kennen das vielleicht. Da hat gerade erst eine Freundin zu mir gesagt, Mensch, toll, ich mag die total. Ich so, okay, ich gucke sie mir an. Den Bechtel-Test hat, wenn man denn den Bechtel-Test auf diese Serie anwendet, hat diese Serie erst in der zweiten Staffel in Folge, ich glaube, fünf vielleicht bestanden. Ich bin nicht dafür, dass man den Bechtel-Test als Kriterium einsetzt, weil ich glaube, dafür ist er eigentlich nicht gemacht. Also weil es dann eben auch vieles ausschließt, was vielleicht auch künstlerisch einfach anders gedacht ist. Aber ich bin schon dafür, dass man den benutzt. Am liebsten würde ich den immer über die Covers von den Serien zum Beispiel drüber schreiben. Besteht den Bechtel-Test übrigens erst in Staffel drei. Sie brauchen die ersten zwei gar nicht gucken. So etwas würde ich halt schon mal einfach nur als Awareness-Raising machen, weil ich eben auch weibliche Freundinnen, die sich vielleicht sogar mit feministischen Ideen identifizieren, kenne, die sagen, wieso, was findest du denn daran so doof? Und ich so, ja, da sind keine Frauen, die irgendwie was zu sagen haben. Oder wenn, in der Mutterrolle oder in der Freundinnenrolle. Und ich glaube, in dem Sinne ist der Bechtel-Test zumindest, ja, auch für den Mainstream zum Aufmerksam machen, finde ich da. Also das ist jetzt mein Plädoyer für den Bechtel-Test. Ja, neben der FSK-Angabe könnte man das dann platzieren. Genau, das wäre super. Ja, und das ist auch so schön simpel. Ich glaube, das kann man wirklich auch, das kann man auch verstehen, ohne Gender Study studiert zu haben. Eben, und man kann das auch schön machen, so bei jedem Film, den man guckt. Und ach, übrigens, jetzt wäre der Moment, wo der Film den Bechtel-Test besteht. Was ich noch sagen wollte, ist, da ich ja weit weg bin von den Institutionen und der Hochkultur, deswegen kann ich mir einfach mal kurz den Schwenk erlauben, dass natürlich das schöne Gute ist, wenn wir uns um Quoten kümmern und damit sozusagen die Beteiligung von Frauen meinen. Aber wenn wir schon bei der Gelegenheit sind und von Diversity reden, dann echt noch alle anderen 17.000 Kategorien mit reindenken. Ich weiß, es ist super komplex und schwierig, aber irgendwie eine weibliche Perspektive ist dann in den meisten Teilen auch eine weiße Perspektive, ist in der Darstellung oft nur bis Kleidergröße 38 und so weiter und so fort. Also faktisch, ja, ich weiß. Die Scheiße ist nämlich, wir können das jetzt durchkämpfen, weil wir dann natürlich irgendwie politisch handlungsfähig sind, weil wir uns auf ein Thema konzentrieren, aber alle anderen, die wir dabei auslassen, die fangen in den zehn Jahren wieder an. Und das ist auch scheiße. Also ich glaube, es ist immer anstrengend, diese ganzen Kommas aufzuzählen und die ganzen Wörter und Konzepte, die da dazwischen steht und dann streiten sich alle und sind total aufgeregt, weil jetzt haben wir das nicht mitgedacht und das nicht mitgedacht und so weiter. Aber es ist trotzdem wichtig und wir kommen nicht drumherum. Also ich glaube, wenn diese Öffentlichkeit geschaffen wird, ich kann ein Beispiel nennen, ich bin da sehr stolz darauf, mein Label, wo ich selber veröffentliche und wo ich auch gesellschaftere mit dem Springstoff, hat sich, ohne explizit quotieren zu wollen, tatsächlich zu einem Laden entpuppt, der jüdische Leute drin hat, der transgeschlechtliche Leute drin hat, der cisgeschlechtliche Leute, der queers drin hat, der straighte Leute drin hat, der Frauen und Männer und verschiedene Herkünfte. Und wir haben wirklich einen diversen Haufen da zusammen bekommen, einfach darüber, dass sich die Leute identifiziert haben, gefragt haben, hallo, habt ihr noch Platz? Ich würde gerne mal Musik veröffentlichen. Und dann hat sich das ergeben oder nicht. Und das hat sich tatsächlich einigermaßen natürlich entwickelt, weil wir das auch irgendwie offenbar nach draußen tragen. Und mittlerweile ist das, also ich bin darüber sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, wenn man diese Dinge, also jetzt für alle Medienfrauen und so weiter unter euch, wenn ihr mal hier ein gutes Beispiel und so, ne? Und mein Laden wäre so einer. Aber ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so. Ist jetzt auch ein bisschen cheesy, wenn ich jetzt Werbung für mein eigenes Haus mache, aber es ist tatsächlich so. Ja, und zwar, ich habe mir so ganz viele Notizen gemacht, aber ich glaube, ich kann jetzt nicht alles sagen, deshalb versuche ich so eine These daraus zu formulieren. Ich glaube, dass der deutsche Kulturbetrieb erst dann emanzipatorisch gedacht werden kann, wenn wir nicht nur in 50-50 Frauen und Männer, sondern auch Personen, die sich jenseits der binären Geschlechterteilung, aber vor allem auch Personen of Color, wenn wir uns das anschauen, weil wir müssen ja auch überlegen, nicht nur wer macht die Kultur, sondern für wen machen wir Kultur. und es gibt nicht nur weiße Personen in Deutschland und selbst wenn es eine feministische Frau ist, die einen Film macht, in dem es um Frauen geht, die alle weiß sind, davon kann ich mir jetzt auch kein Eis kaufen. Also wir müssen einfach auch anfangen, wenn wir Quoten einführen, nicht nur für Frauen, sondern auch für Personen of Color und dann gibt es nämlich auch für, dann ist es nicht nur so, dass Männer ihre Plätze aufgeben müssen für andere Frauen, sondern dann gibt es ganz viele verschiedene Gruppen von Menschen, für die Platz gemacht werden muss und dann ist es noch schwerer zu rechtfertigen, warum nur weiße Männer im Kulturbetrieb sind. Und ich habe auch, es gibt auch von dem Bad Still Test eine Rassismusversion und zwar, dass zwei Personen of Color im Film miteinander sprechen und zwar über nicht so Kriminalitäten, die sie gemacht haben, sondern etwas, was nicht Rassismus-Stereotype sind und über keine weißen Personen. Also so, da wird auch weitergedacht und ich habe auch mal eine Weile in Schweden gewohnt, und es stimmt, dass das da so ein bisschen weiter ist als in Deutschland und die haben tatsächlich ein sehr gutes Programm, also so die ganzen Fernsehformate sind ziemlich gut und nicht nur wegen der Diversität, sondern auch sie sind qualitativ sehr gut. Worauf ich da geschlossen habe, vielleicht ist es auch einfach so, dass Deutschland nie bekannt für einen guten Geschmack war, also so mehrheitlich, jetzt nicht so die paar Leute, die jetzt irgendwie so einen guten Geschmack haben, aber so grundsätzlich und dann dachte ich, vielleicht hat auch jedes Volk so das Kulturangebot, das es verdient. Ich weiß es nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, jede Bevölkerung. Also interessant ist, ich habe so ein bisschen jetzt gerade ins Publikum geguckt und es ist sehr lustig, die Frauen, die schon ein bisschen älter sind und die die Erfahrung gemacht haben, wenn man gesagt hat, also jetzt wollen wir mal darüber reden, dass ich die Macht zwischen Frauen und Männern anders verteilen muss, wurde sofort gesagt, ja, 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 da müssen wir auch noch die Macht mit dem und dem und dem und dem und dem und dem teilen. Also es gibt da so eine schmerzvolle Empfindlichkeit in der älteren Generation und es gibt dieses ganz klare, klar, es muss colorful, es muss alles Mögliche sein. In der neuen Generation, das ist ja auch ein Stück große Hoffnung, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich politisch total, oh, möchte, oh ja, genau. Wir müssen, jetzt ist es zehn und die Menschen sind erschöpft und wir wollen tanzen und wir wollen die Revolution machen und ich sage euch, jetzt mache ich noch, weil sie wird natürlich uns jetzt noch einheizen, einschenken und wir schenken ihr dann zurück ein. Ich benutze meine Power-Position, um zu sagen, wir haben heute Abend über Quote und über Quotierung auch der Gelder geredet. Ich finde, mit Grundeinkommen würde alles ein bisschen besser gehen. Das gebe ich noch mal zu bedenken. Ulle wollte, ich habe es jetzt so gesetzt, dass Ulle nicht mehr antworten kann. Und jetzt mache ich womöglich doch noch nicht so ganz, also auf der Höhe der Zeit, aber ich habe es so gern, dieses Zitat und ich möchte so gerne, dass ihr das weiter verbreitet in allen Medien am Küchentisch. Ich habe neulich in Linz eine Veranstaltung gehabt und da habe ich mit einer Österreicherin gesprochen. Natürlich waren wir auch, ich habe zwar, muss ich sagen, ich habe den Hauptvortrag gehalten, aber natürlich saßen da oben, ich war auch die einzig Titelfreie, weil in Österreich sich ja alle mit Magister und jetzt sowieso, ich meine, dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, Senatorin, Ade, sind Sie fast zusammengebrochen. Aber ich möchte euch diesen wunderbaren Gedanken, weil wir ja doch, wenn wir jetzt hier den Raum verlassen, sind wir ja wieder, gucken wir morgen irgendwie, wie heißt dieser Kerl, der nach dem Tatort quatscht? Ach, Jauch. Jauch. Wenn der wieder seine Männerrunden macht, sagte sie zum Beispiel, also ich finde ja, dass Prostata, Prostata ist das einzige Thema, was rechtfertigt, dass es nur Männerpodien gibt. In diesem Sinne, ich danke fürs Zuhören. Tschüss. Applaus Jauch. 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 玉 нед Jauch. 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 naista Meinert Chef,